Ich erinnere mich gar nicht an einen Stapel Bilder, die da an der Wand hängen, wo sonst mein erster Dollar war. Eigentlich kann ich mich an das Bild hier gar nicht erinnern. Oder an das? 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 Hi, Mr. Krabs. Spongebob, was soll denn das? Ich häng hier nur so rum, das tue ich öfters. Buh! Komm mal wieder runter auf den Boden, Minion. Jetzt ist aber Schluss mit dem Blödsinn.